Hi Leute und herzlich willkommen zu unserer FI 2021 Mai Team Karriere und zwar sind wir heute entspannt und wir haben schon zu Noda raus gehauen aber nicht absichtlich und los geht's mit dem Rennen vielleicht können wir ja heute jetzt zu Noda angreifen also ich mein Nikita Mazepin ihr wisst schon wer es ist und er hat jetzt wieder einen guten Ausgang gekriegt Nikita Mazepin aber wir sehen jetzt eh schon ein viel besseres Auto als der Haas Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen wenn du höchstens eine Sekunde hinter den Wagen Oh! Alter das war schon wieder so knapp und vielleicht können wir auch Nikita Mazepin ja noch angreifen wer weiß wir können hier können wir ja gut ein bisschen Vorgast geben durch die Kurve und wir machen schon Zeit gut auf ihn Das merkt man allerdings hier in diesen Riesenkurven dass wir einfach mehr Power und so haben als Nikita Mazepin aber ist ja egal eigentlich Und jetzt noch mal so ein Folgers geben Hier ist einfach nur voll voll rissig oder hätten wir uns sogar wegdrehen können Da ist ein Nikita Mazepin Da ist ein Nikita Mazepin Da ist ein Nikita Mazepin wir werden den vielleicht ja bald angreifen können Jetzt noch nicht aber vielleicht Jetzt noch nicht aber vielleicht Vielleicht Wegen Nikita Mazepin Und jetzt mal gucken Einfach volles Risiko Jetzt reinhauen In das Auto alles geben was nur geht Und ja wir sind auf jeden Fall schwer als er Aber leider haben wir noch nicht das DRS auf ihn Und es reicht noch nicht ganz Aber vielleicht ja bald Hier müssen wir wieder voll Gas geben und er gibt ja nicht so viel Voll Gas wahrscheinlich glaube ich Das sieht zumindest grad so aus Mit Nikita Mazepin Wir sind auf jeden Fall Da Gegen dich Und müssen Alles reinhauen Oh Wie Dieses wegdrehen auf diesen Körper Kann man nicht so viel haben Einfach jetzt gut Und wir haben das DRS auf ihn Das ist jetzt gut Gut Und das hat uns jetzt echt geholfen Das hat uns jetzt geholfen Und Ja wir müssen jetzt voll Gas geben Gegen ihn Und los jetzt Komm wir müssen ins DRS wenn es da wollen Komm Und dann kriegen wir den noch Dann kriegen wir den Auf geht's Hopp Ja Ja Mist Das war jetzt nicht so gut Leider hilft das gar nicht Das ist deine letzte Runde Die letzte Runde des Rennens Okay Mist Ja Das war jetzt gar nicht geil Ja den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen können Ich will mal echt wieder Haben wir in der Saison überhaupt schon eine Überholmanöver gemacht Glaube eigentlich gar nicht Aber vielleicht ist das Nächstes Mal In Monaco Aber einfach gehe ich auch Gar nicht aus Dass wir da eine Überholmanöver machen können Ich gehe davon nicht aus Und jetzt einfach vollrasten Durch jetzt Und hier muss man ein bisschen auffassen Weil man dreht sich eh ganz einfach weg Auf Auf Vier Jetzt nochmal vier Gute Nein Geht's dir gut? Motor aus Motor aus Shit Das war zu viel Shit Das war echt zu viel Gucken wir uns das nochmal an Shit Shit What the fuck Nein Oh Wir drehen uns weg Ja Was willst du hier machen eigentlich? Wir müssen uns natürlich wieder beenden Kannst du dir auch keinem vorstellen Wir haben uns Wir sind immer da gut durchgekommen Und Weder mit Längern oder wieder nicht Gasly gewinnt Das ist ja cool Das ist ja gut für ihn Okay Jetzt sind wir hier wieder Ja Mal gucken Gut Dann warst du auch von dieser Folge Der meint den Karrieren Haben noch einen schönen Tag Haut rein Und Ciao